Wieso würde ich Daniel Orieschnik wählen? Dazu muss ich zuerst sagen, dass ich in der Ortsgruppe der SJG in Völkermatt bin. Er ist unser Oma und deswegen habe ich schon sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Er ist zuverlässig, bringt was weiter und macht viele Veranstaltungen. Das muss man ihm sehr hoch anrechnen. Wieso ich ihn wählen würde? Er ist zur Person. Er ist sehr verlässlich, aufrichtig, was sehr wichtig ist in der Politik heutzutage und verkörpert die Jugend, was auch wichtig ist. Man sollte der Jugend eine Chance in der Politik geben. Wieso ihr ihn wählen solltet? Ihr solltet ihn wählen, weil er auf euch hört, volksnahe ist, versucht immer das Beste für die Menschen rauszuholen und nicht für sich selbst. Und auch versucht ein guter Politiker zu sein. Sehr viel Herzblut reinsteckt und vor allem es sehr gewissenhaft erledigt.